Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 7. September 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 198. Ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. China verbietet Kryptowährung. Amazon Find, MX Ergo, EHLS100, Android Oreo, YouTube Kids, WhatsApp Business, Facebook und die Musikindustrie. Durchgefallen Huawei, Number Two. Superfish-Skandal und die Surface Keynote. Beginnen wir doch gleich mal ganz von vorne. In China wird ja so einiges verboten, was man nicht richtig überprüfen kann. Und oder auch, ja, halt, den Machthabern nicht ganz so passt. Genauso ist es auch mit einem Börsengang einer Kryptowährung. Denn die wurde unterbunden und somit soll das Ganze in China leider nicht stattfinden. Mal schauen, wie sich der Markt da entwickelt. Vor allem, wenn dann bei uns vielleicht sich irgendwann das Ganze durchsetzt und dann Richtung China rüberschwappt. Aber eben, bei uns ist die Bankenlobby ja auch nicht unstark, was das anbelangt. Gehen wir rüber zu Amazon. Die verkaufen ja alles. So ziemlich alles eigentlich. Natürlich auch unter anderem Kleidungsstücke haben jetzt aber auch neben den eigenen Brands, also sprich Amazon Basic nennt sich das Ganze, wo sie Gadgets und so weiter verkaufen, also Kabel und etc. Haben sie jetzt mit Amazon Find eine Modelinie, die es schon länger gibt, aber jetzt in Europa startet. Mal schauen, wie sich das auf H&M und Zalando und wie die ganzen anderen heißen auswirken wird, weil ja, doch Amazon halt einfach riesig ist. Mal schauen. Es gab sie früher, die Maus von Logitech. Die, die so einen ergonomischen Ball drauf hatte. Zu Beginn irgendwie komisch. Ich hatte mir die mal gekauft, ganz früher. Damals, als ich noch jung war, haha, nee Quatsch. Und ja, die kommt jetzt zurück. Irgendwie war sie doch noch witzig, interessant. Bin mal gespannt, was sie an der Neuen gemacht haben. Das Ganze soll die Muskeln besser entspannen etc. Ich bin sehr, sehr gespannt und werde mir nach Möglichkeit die Maus ein bisschen genauer anschauen. Gibt es aktuell zum Vorbestellen für 99,99 in Dollar und kommt im September noch auf den Markt. Dann gehen wir über zu Epson. Epson hat, jetzt gehen wir wieder zurück quasi an die IFA, ein Beamer vorgestellt, der ein 130 Zoll grosses Bild an die Wand zauben kann. Mag nicht allzu viel klingen. 130 Zoll sind 3,30 Meter, also was so normale heutige Beamer an die Wand schmeissen. Aber das Spezielle daran ist, der Beamer, den müsst ihr nicht irgendwo an die Decke montieren und ein bisschen riesen Abstand haben. Nee, den könnt ihr auf dem Gestell oder auf dem Sideboard oder was ihr auch immer habt, in eurem Bereich hinstellen, im Büro oder auch im Wohnzimmer, wo ihr das haben möchtet. Und das nur 6 Zentimeter von der Wand weg. Und dennoch kommt das Bild sauber im richtigen Winkel etc. vorne an. Das ist schon eine extrem coole Leistung. Zusätzlich hat das Teil auch noch ein Soundsystem verbaut, also zwei Boxen, um Stereo-Sound rauszubringen. Richtig cooles Teil. Ich konnte das an der IFA in Action sehen. Muss man sich anschauen. Und wenn man heutzutage einen Beamer kauft, sollte man sich generell solche Beamer anschauen, die auf Kurzdistanz auch beamen können. Das macht Spass. Android Oreo. Das ist ja vor knapp einer Woche angekündigt worden. Wir hatten in der Geek Talk-Folge darüber gesprochen, in der News-Folge in der letzten darüber gesprochen. Ja, das wurde vorab ja fleißig getestet in Beta, sprich mit vielen, vielen Leuten. Doch wie immer so, wenn es ist, wenn ein neues Betriebssystem rauskommt und massenweise Leute darauf zugreifen können. Gut, bei Android ist das ein bisschen weniger als bei anderen Systemen. Aber dennoch, wenn die Masse drauf geht, gibt es eine gewisse Anzahl Fehler, die dann rauskommen. Ein ziemlich heftiger, sofern man keinen guten Datenplan hat, ist, dass trotz aktiver WLAN-Verbindung im Hintergrund auch Datenverbrauch im LTE- und 3G-Netz passieren. Sowas ist natürlich sehr, sehr unschön und sollte von Seiten Google schnell korrigiert werden und mit einem Update ausgeliefert werden. Weiter geht's mit Google, einer Unterfirma, sprich Alphabet, einer Tochterfirma, YouTube. YouTube hat eine App Kits, YouTube Kits im Angebot, die lange nur in den Staaten ging, zwei Jahre glaube ich jetzt schon, genau, und jetzt neu gestartet ist. Leider aber nur, oder leider für euch, wenn ihr da wohnt, kein Problem. Deutschland und Österreich, in der Schweiz gibt es die App leider nicht. Das hilft eurem Kind und auch euch natürlich, dass die ein bisschen gezielter auf diesem YouTube rumschwirren und nicht Dinge anschauen können, die eben nicht gemacht sind für Kinder. Das sind spezielle Dinge aufbereitet wie Bibi etc. Ich hoffe, die App kommt bald auch in die Schweiz. Na dann, weiter bei Google, Google Maps. Denn Google möchte ein bisschen mehr für Rollstuhlfahrer tun. Da war bis jetzt nicht wirklich viel los bei Google oder eben nicht wirklich Sinnvolles. Und aktuell ist Google auf der Suche nach Leuten, die sie da aktiv unterstützen. Für all diejenigen, die eben das Ganze brauchen, die Information wheelmap.org wäre eine Alternative, die da in dem Bereich sehr viel Gutes und Interessantes geleistet hat. Dann geht es über zu Facebook. Genau gesagt, WhatsApp, die wurden ja damals aufgekauft eben von Facebook. Und derjenige, wie hieß der, der Herr dahinter, hat ja versprochen, dass Facebook und Mark Zuckerberg natürlich auch kostenlos bleiben wird. Und keine Werbung, besser gesagt, beinhalten wird in Zukunft. Das gilt für die Privat-App, also die App, die jeder nutzen kann. Es gibt jetzt seit zwei Tagen auch die Business-App und da werden dann die Firmen logischerweise ein bisschen was berappen können, um den Dienst zu nützen. Sinnvoll, praktisch, auch ein bisschen anderer Weg, um Geld reinzubekommen. Dann wird man vielleicht nicht mehr so häufig getrackt. Gehen wir über zu Facebook und der Musikindustrie. Bei YouTube gibt es ja schon lange diesen Kampf, wenn man ein Video hochlädt und da Musik drin hat. Wenn die nicht wirklich koscher ist, dann wurde das Video gesperrt. Man bekam eine Abmahnung nach dem zweiten, dritten Mal. Wurde sogar der YouTube-Account gelöscht. Ziemlich unschöne Geschichten. Ich hatte auch schon einmal das Problem, obwohl ich eigentlich einen rechtsfreien Song drin hatte. Aber ja, Facebook will das Ganze ein bisschen umgehen. Sprich, haben anscheinend von YouTube ein bisschen gelernt. Die möchten ein paar hundert Millionen Dollar in Richtung Musikindustrie schmeissen, damit sie dem Ganzen ein bisschen entkommen können. Wie genau das funktioniert, das könnt ihr nachlesen. daily.geektalk.ch Der Link dazu ist in den Shownotes. Das Essential Phone vom Android-Urvater, Android Ruin, ist ein bisschen ein Reinfall irgendwie, oder? Zuerst später erschienen, dann sonst noch irgendwelche Probleme. Jetzt neu kommt dazu. iFixit hat das Teil ein bisschen untersucht, auseinandergenommen und das ist nicht so ganz toll. Ja, randlos, alles toll. Wenn es aber mal ins Innere gehen muss, ist eigentlich meistens etwas von Nöten, nämlich das Display wegzunehmen. Und das ist schon mal unschön und sehr, ja, halt eben. Wir hatten es schon mehrfach in der grossen Geek-Talk-Folge, der Achim hat es auch so schön erklärt. Man will ja immer kleinere, dünnere und so weiter Smartphones. Da muss man irgendwo halt auch Kompromisse eingehen. Dennoch, das Telefon, muss man sich mal ein bisschen genauer anschauen. Gehen wir aber zurück zum anderen Anbieter. Huawei, die sagen ja schon seit ein paar Jahren an den Keynotes, wo ich jeweils dabei gewesen bin, dass sie die Nummer 1 werden möchten im Bereich der Smartphones weltweit. Und das haben sie zumindest, wenn man eine Statistik von dem Research Counterpoint, genau nennen sie das, eine Marktforschungsagentur, Glauben schenken möchte, in diesem Sommer geschafft. Sie haben den zweiten Platz hinter Samsung sich geholt und Apple somit auf den dritten gestossen. Gut, die News gibt es immer wieder auch, dass Samsung mit dem jeweiligen Flaggschiff im Sommer das Apple-Device überholt. Ganz logisch, weil im September die neuen iPhones kommen. Da gehen natürlich die Verkäufe von Apple jeweils deutlich zurück. Aber dennoch, ich glaube, das wird nicht mehr lang gehen, wird Huawei den Platz wieder für sich einholen. Smart Home. HomeKit im Genauen, also auf der Apple-Seite sind wir jetzt. Da gibt es ja diverse oder immer mehr Produkte, die man eben da einbinden kann. Das gibt es zum Beispiel bei uns auf dem Projekt Hausbau-Blog eine Übersichtsseite, wo wir aufzeigen, welche Produkte es aktuell gibt. Viel, viel schöner hat das der Patrick Balestra gemacht mit homekitty.world. Eine Webseite, wo ihr eure ganzen oder die Möglichkeiten, die ganzen Gadgets finden könnt, optisch schön aufbereitet, die mit Apple HomeKit kompatibel sind. So, dann noch zu guter Letzt oder die letzten beiden. Der Superfish-Skandal war ja vor circa zwei Jahren. Man hat herausgefunden, dass Lenovo Zeugs installiert hat, das einfach nicht drauf gehört und die gehören dafür abgestraft. Super hässlich ist das Ganze. Sie wurden jetzt nur mit 3,5 Millionen Dollar verstraft. Also somit werden wir wahrscheinlich nicht lange warten dürfen, bis ein anderer Hersteller kommt und auch so einen Quatsch auf seine Dinger macht. Wer das nicht tut, ist Microsoft. Und die bringen auf Ende Oktober, genauer gesagt am 31. Oktober, genau, haben sie eine Keynote angesagt, dass neue Surface oder neue Surfaces, mehr zahlt, keine Ahnung, werden vorgestellt. Ich bin schon sehr gespannt, weil eben, ich sage es ja schon seit zwei, drei Monaten, in die Richtung wird es in Zukunft gehen. Zumindest auch bei mir. In diesem Sinne, das waren die ganzen News, die ich heute für euch hatte. Ich wünsche euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag morgen. Hören wir uns wieder, das letzte Mal für diese Woche. Und dann, ja, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.